Du bist in Sicherheit. Du bist in Sicherheit. Wissenschaft wird abgelehnt. Technologie abgelehnt. Gedankenloser Fortschritt abgelehnt. Damit wir neu aufbauen können. Aber mit Umsicht und Herz. Wir sollten einen Stein nehmen und ihn so lange auf den Schädel hauen, bis das Gehirn herausspritzt. Ich würde es machen. Mit Vergnügen. Ihr seid alle gute Mitglieder der Menschheit. Ihr wisst, was richtig und was falsch ist. Setzt eure Urteilskraft ein. Menschen. Verschieden, fröhlich, traurig. Wie Menschen eben so sind.